Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir so, ich melde mich einfach heute nochmal, weil ich mir gedacht habe, weil ich mir einfach gedacht habe, ja Leute, das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Ich musste nochmal den Baum herzeigen und einfach nochmal ein kurzes Video machen, weil ich einfach euch nochmal frohe Weihnachten wünschen wollte. Das, ja, das können Sie ja mal sehen. Das konnte ich nicht einfach so stehen lassen, deswegen wollte ich mich nochmal bei euch melden und euch frohe Weihnachten wünschen. Ich weiß, es ist schon etwas länger her jetzt. Es ist schon ein bisschen später und ich wollte zusätzlich noch ein Gute-Nacht-Video machen und das kann ich einfach mal verbinden damit, weil, ja, ich habe mir gedacht, ich kann das nicht einfach so stehen lassen und den wunderschönen Baum. Und ja, Leute, was soll ich sagen. Die Weihnachtsgeschenke zeige ich euch morgen oder übermorgen, weil dann werden morgen wahrscheinlich auch wieder zwei Videos online kommen. Ja, richtig aktiv. Ist auch selten. Aber jetzt gerade bin ich so richtig aktiv wieder auf YouTube und ich freue mich. Man merkt, glaube ich, dass ich mich richtig freue, dass ich wieder so richtig aktiv sein kann. Und jetzt ist das überhaupt da unten für den Knopf. Wenn ich filme, ist beim Video unten so ein weißer Ring und ich weiß nicht wofür. Keine Ahnung, vielleicht finde ich das ja noch raus. So, Leute, ich kann euch eigentlich nicht oft genug den Baum zeigen. Der ist einfach so schön. Der ist so richtig schön, der Baum. Und ja, gute Nacht, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen noch einmal. Und ja, noch ein schönes restliches Weihnachten. Und tschüss! Tschüss!